Für mich ist der Sinn des Lebens die Liebe. Ich glaube, wir sind hier, um einen schönen Moment zu haben, das Leben zu genießen. Ich habe eine Idee, was der Sinn des Lebens sein könnte. Vielleicht, dass uns Abenteuer erwarten oder dass wir Liebe auf die Welt bringen sollten. Ich denke, es gibt Leben, weil nachdem es den Urknall gab, dachte sich der liebe Gott, vielleicht, es wäre doch schön, wenn es Menschen und Tiere gäbe. Der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, Spaß zu haben. Dass ich mit Mama und Papa spazieren gehe. Für mich ist der Sinn des Lebens, mit der Mama kuscheln, weil ich es so gerne mache. Tschüss. Es könnte ja sein, also es war wahrscheinlich auch so, dass die Erde hier nur so ein kleiner Punkt war. Und dann gab es den riesigen Urknall und dann sah alles cool aus. Ich glaube, wir sind auf die Welt gekommen, um die Natur zu beschützen. Ich finde, wir sind auf der Welt, um frei zu sein, weil Gott das so für uns geschaffen hat. Ich glaube, wir sind auf der Erde, um gut zu leben. Ich finde, dass wir was Schönes aus dem Leben machen müssen und viel erleben. Und es gehören auch mal schlechte Erfahrungen dazu. Und aus diesen lernt man dann. Man muss auch aus dem Leben einfach was richtig Tolles machen. Sonst hat man nichts erlebt und das ist doof. Die Sterne sind dafür gedacht, dass man viel Licht hat, der Mond genauso. Und Sterne sind auch dafür gedacht, dass man was Schönes träumt. Ich glaube, wir sind auf der Erde, weil wir aus Liebe sind. Ich glaube, dass ich wichtig bin für die Erde und dass ich was zu tun habe, in dem ich der Erde helfe. Ich glaube, dass das Universum das größte Gebäude ist. Wir leben auf dem Planeten Erde und der Sinn des Lebens ist, spielen, was erledigen, lachen. Ich lebe, um zu lieben. Ich glaube, ich bin geboren, weil ich nicht so eine Fruchtplatte rumgezappelt habe. Und deswegen lebe ich auch und ich schicke in die Welt schöne Liebe. Ich glaube, wir kommen aus den Dinos raus. Ich glaube, dass wir auf der Welt sind, weil sonst nichts da wäre. Ich traume aus dem Himmel oder aus den Wolken und dann bin ich in Mamas Bauch und bin dann das Löw. Die Welt braucht jemanden so wie mich, wie dich und für alle anderen Menschen auf der Welt. Ich vermute, dass das Leben zum Spaß haben da ist. Die Erde könnte sich alleine gefühlt haben. Und deshalb hat es probiert und probiert, bis es geschafft hat, dass das Leben auf der Erde kam. Ich glaube, es gibt uns, weil wir geliebt werden. Ich glaube, dass liebe Menschen, die gestorben sind, zu Sternen werden. Und der Sinn von Leben ist, um anderen Menschen Freude zu machen. Ich glaube, ich weiß, wie das Universum entstanden ist. Ich glaube, das ist entstanden durch so eine kleine Kugel, die so geleuchtet hat und so mit Blitzen. Und da waren dann die Bauteile drin und dann ist das irgendwann aufgegangen. Und dann sind die ganzen Planeten und Sterne und so weiter entstanden. Der Sinn des Lebens ist, ich glaube, die Liebe und der Spaß im Leben. Zum Beispiel das Ende. Das Ende ist nicht so toll, weil man sich dann verabschieden muss. Aber wenn da was Neues anfängt, freut man sich und dann ist es wunderschön. Ich bin auf der Welt für Biel und Mars. Der Sinn des Lebens ist Weihnachten, weil man da nett zueinander ist. Und bei Sonnen immer weiter mein Geburtstag ist und man da barfuß laufen kann. Der liebe Gott hat uns erhaschaffen. Der hat die Welt gemacht, alle Planeten. Ich weiß bloß nicht, wo der liebe Gott herkommt. Wir sind da, weil uns Gott auf die Erde geschickt hat, weil er uns liebt. Ich glaube, uns geht bald, weil die Welt uns schön findet. Der Sinn des Lebens ist, weil wir so toll sind. Mein Sinn vom Leben ist mit netten Leuten zusammen sein und mit Mama. Wir sind hier, weil wir ein Teil der Geschichte vom Leben sind. Und wir leben, weil wir das Leben schön finden. Weil wir eine Geschichte sind. Weil wir ein Teil des Lebens sind. Wir sind ein Teil des Lebens. Wir sind gut, so wie wir sind. Und weil wir uns mögen und Exemplare der ganzen Welt sind. Und wir sind wunderbar und einzigartig. Und es gibt das Leben, um uns glücklich zu machen. Ich denke, dass Gott wollte, dass wir sehen, was er erschaffen hat. Menschen wurden erfunden vor langer Zeit, als es nur noch Dinos gab. Ich glaube, die Welt ist dafür da, um sie zu lieben. Und damit sie uns trägt. Dass wir auf ihr leben. Als Baby wollte ich auch, ich wollte die Welt angucken. Und das möchte ich in echt. Und weil wir so Hunger haben, sind wir auf der Welt. Und Gott hat alles gemacht. Und der war der einzige Mensch. Der war graugig. Und das Ding wurde. Der hat dann neue Menschen gemacht. Weil sonst hat Gott die Welt ganz alleine für sich. Ich denke, dass der Sinn des Lebens ist, Freunde, auf die man sich verlassen kann. Der Sinn des Lebens, glaube ich, ist, dass wir sehen können, wie schön die Erde ist. Es ist gut, dass wir leben, dass wir uns lieben. Und das ist gut, dass wir uns lieben.